Was kostet ein Baby? Die Frage, was es kostet, ein Baby zu bekommen, wird nicht einfach beantwortet. Es gibt viele Dinge, die bestimmen können, was jeder Mutter bezahlen wird. Durch eine Krankenversicherung oder das Leben in einem Land mit sozialisierter Medizin können die Kosten erheblich gesenkt werden. Für diejenigen ohne Versicherung variieren die Kostenschätzungen je nach Art der Schwangerschaft, Häufigkeit der Schwangerschaftsvorsorge und tatsächlichem Bedarf während der Entbindung. Zu den anderen variablen Kosten kann gehören, wo sie ihr Baby haben möchten, z.B. zu Hause, in einem Geburtshaus oder in einem Krankenhaus. Viele Geburtshelfer erheben bei der Arbeit mit Unversicherten eine einmalige Gebühr für vorgeburtliche Besuche und eventuelle Entbindungen von Babys. Andere berechnen von Besuch zu Besuch. Die durchschnittliche Anzahl der vorgeburtlichen Besucher beträgt während der Schwangerschaft etwa 14 und die Kosten für jeden Besuch einer nicht versicherten Person können zwischen 80 und 150 US-Dollar liegen. Diese Kosten berücksichtigen nicht Schwangerschaften mit hohem Risiko, bei denen möglicherweise viel mehr Besuche erforderlich sind. Im Durchschnitt können Sie am oberen Ende mit 200 US-Dollar für vorgeburtliche Besucher rechnen. Schwangere Frauen benötigen möglicherweise verschiedene Labortests und Prüfungen, die die Kosten für ein Baby erhöhen. Blutuntersuchungen können mehrere hundert Dollar betragen, etwa 300 US-Dollar für ein vollständiges Blutbild. Ein Sonogramm umfasst im Durchschnitt 200 bis 700 US-Dollar, und die Amniozenthese, die nicht alle Frauen haben, kann etwa 1 500 US-Dollar betragen. Dies erhöht die Gesamtsumme um etwa 2 500 US-Dollar. Die tatsächliche Entbindung in einem Krankenhaus hängt auch vom Preis ab und hängt davon ab, ob Ihre Arbeit kompliziert ist, ob Sie einen Kaiserschnitt benötigen, welche Art von Medikamenten, wie etwa eine Epidural, die Sie verwenden könnten, und die Dauer des Krankenhausaufenthalts. Eine unkomplizierte vaginale Geburt kostet etwa 8 000 US-Dollar, aber der Krankenhausaufenthalt kann die Rechnungen danach leicht auf 10 000 bis 25 000 US-Dollar erhöhen. Die durchschnittliche Gebühr für einen Kaiserschnitt beträgt etwa 11 000 US-Dollar. Die Geburt in einem Geburtshaus, das von Hebammen besetzt ist, kann die Kosten für ein Kind senken, sofern keine Komplikationen auftreten, die einen Transfer in ein Krankenhaus erfordern. Die durchschnittlichen Kosten für die Geburt in einem Geburtshaus liegen zwischen 4 000 und 6 0 US-Dollar. Die Hauszustellung mit einer Krankenschwester-Hebamme ist möglicherweise noch günstiger und kostet etwa 2 500 bis 4 0 US-Dollar. Dies kann auch alle vorgeburtlichen Untersuchungen umfassen. Es ist wichtig, diese Zahlen nur als Schätzungen zu betrachten. Sie unterliegen Änderungen und unterscheiden sich außerhalb der USA, wo die Kosten mehr oder weniger betragen können. Versicherungen können erheblich dazu beitragen, die Kosten zu senken, und Frauen, die nicht versichert sind und sich nicht für die staatliche Gesundheitsfürsorge qualifizieren können, möchten möglicherweise Schwangerschaftsrabattversicherungen in Betracht ziehen, wodurch die Gesamtkosten gesenkt werden können. Eine weitere wertvolle Überlegung ist, dass diese Kosten nur den Anfang einer Ausgabe darstellen. Die Betreuung eines Neugeborenen während seines ersten Lebensjahres kann leicht mehr als die Anschaffungskosten des Babys sein, wenn nicht sogar mehr.